Und es ist auch ein Prozess, auf wie lange ist dieser Mitarbeiter schon im Unternehmen? Ist er neu dabei, ist er schon länger dabei? Was für Erfahrungen hast du damit gemacht? Was für ein gemeinsames Vertrauen habt ihr aufgebaut auf genau solche Fragen von wie wird die Arbeit erledigt? Was ist die Qualität, die gefordert ist? Was ist die Priorisierung von unterschiedlichen Tasks zueinander? Und ich glaube, gerade am Anfang dieser Beziehung kann man einfach gar nicht oft genug über solche Themen sprechen. Was machst du heute? Was ist das Ziel? Warum kommen wir in diese Richtung hinein? Und ist das der Weg sozusagen, den du vorprojiziert hast für dich, den du im Kopf hast, damit du dieses Wochenziel, Monatsziel, Quartalsziele, wir reden oft über Ziele, erreichen kannst? Und wenn du da nicht dahinter bist, sondern dich sozusagen nur ein bisschen berieseln und das auf dich zukommen lässt, dann bist du natürlich in der blöden Situation, dass du dann vielleicht oft überrascht wirst mit dem Ergebnis, was dann passiert. Und ja, ich glaube, das ist einfach ein Punkt, den man mehr aktiv managen muss auf dieser Ecke, um sozusagen diesen Überraschungseffekt hinten raus dann zu verhindern, weil mit dem guten alten Extreme Ownership ist es einfach immer deine Schuld, wenn hinten nach die Priorisierung nicht so war, wie du das gedacht hast. Weil was willst du denn argumentieren nachher? Ja, ich habe ja das schon gesagt, dass das urwichtig wäre und so, aber meine Mitarbeiter haben das dann leider nicht gemacht und hätten sie es richtig gemacht, dann wäre es eh urtoll gefunden. Also das ist total lächerlich. Du kannst einfach nur von dir selber ausgehen. Was hast du nachverfolgt? Was für eine Linie hast du gesetzt? Und was waren deine Top-Prioritäten und wie hast du die auch kommuniziert?